Wir wollen heute mal über OpenSUSE Linux sprechen. Das haben wir schon ein paar mal gemacht auch hier auf dem Kanal. Denke ich gibt es mindestens zwei Videos und möglicherweise wiederhole ich mich hier auch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Das tut mir leid. Sinn des Videos ist es OpenSUSE 2024 sich mal wieder anzusehen das Ganze und dieses mal auf XFCE Basis. Beim letzten Mal hatten wir glaube ich KDE vorgestellt. Los geht's mit dem Video OpenSUSE Linux 2024 Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja OpenSUSE, schwieriges Thema. Manche hassen es, andere lieben es. Es ist auf jeden Fall ein Linux Urgestein. Es gehört zu den ersten und umfangreichsten Distributionen die es so gibt. Es gibt ja noch ein paar andere Urgesteine. Debian Linux Slackware glaube ich war eins der ersten Linuxe. Ich weiß nicht ob Fedorra da auch mit dazu gehört. Ich glaube es eher nicht. Auf jeden Fall ist OpenSUSE eins der drei ersten umfangreichen Linuxe. Es wurde immer wieder mal verkauft an verschiedene Firmen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ursprünglich aus Deutschland kommt. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Ja und inzwischen gibt es eine sogenannte TumbleWeed Distribution. Also sowas wie ein Rolling Release. Das heißt man installiert SUSE nur einmal und bekommt dann immer wieder die aktuellste Software eingespielt. So habe ich das verstanden. Und wir befinden uns jetzt hier im Startbildschirm der Live Distribution. So sieht das nach dem Booten aus. Ahoi! Das ist OpenSUSE Linux. Es gibt eine Readme, eine Dokumentation und wir können hier Software kaufen oder bekommen. Ich klicke das mal an. Ich glaube aber da passiert im Moment nicht viel. Das sind die Basics. Ich habe keine Internetverbindung aus irgendeinem Grund. Das sind die Basics. Hier ist der Supportbereich. Wir können uns selber OpenSUSE bauen. Das würde jetzt auch den Rahmen des Videos sprengen. Das ist auch gar nicht mal so einfach. Und wir können das Ganze jetzt zumachen, wegklicken oder einfach mal auf Customize klicken. Da wird uns dann gezeigt, dass es verschiedene Desktop Layouts gibt. Unter anderem eben das Redmond Layout, das Cupertino Layout, El Raton Layout, Unitatis Layout. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir klicken uns mal durch. Das wäre also die eine Möglichkeit. Das Ganze sieht so ein bisschen nach Mac jetzt aus. Das heißt wir haben hier oben das Startmenü. Rechts so Uhrzeit, alles mögliche. Links haben wir den Mülleimer, so wie das Homeverzeichnis und so. Also das ist Unitatis. Dann gibt es El Raton. Das sieht so aus. Das erinnert noch eher an den Mac hier unten mit dieser zentralen Leiste. Dann gibt es eben die Redmond Variante. Das erinnert stark an Windows und Cupertino gibt es auch noch. Ja das sind im Prinzip alles sehr ähnliche Designs hier. Weiß ich jetzt gar nicht welches hier mehr mit Mac zu tun hat oder weniger. Darum geht es aber auch nicht. Es ist schön, dass es das gibt. Ihr könnt euch euren Desktop so einrichten, wie ihr das haben möchtet. Das finde ich grundsätzlich gut. Das ist hier sehr schön gelöst. Und dann gibt es noch verschiedene Themen. Wenn wir nach unten scrollen, da können wir uns das ganze grau oder dunkel machen oder auch hell. Wir gehen mal zurück auf Home und das ist der ganze Bereich hier mit Customize. Wir können das jetzt nur schließen im Prinzip. Viel mehr können wir in diesem Willkommensbildschirm nicht machen. So hier unten haben wir jetzt die wichtigsten Apps abgelegt. Über das Applikationsmenü kommen wir hoffentlich zu den anderen Apps. Das funktioniert hier alles nicht richtig leider. Das muss ich jetzt gerade auch mal sagen. Und das bedeutet dann wohl auch, dass ich mir das ganze hier jetzt noch mal in den Standardmodus zurücksetzen muss. So sieht das jetzt also aus im Standardmodus. Also bevor ihr das ganze installiert, ändert besser nicht das Design. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das mit der Designauswahl gut funktioniert, wenn die Distribution installiert ist. Jetzt funktioniert alles. Wir bleiben jetzt im Red Mode Modus. Haben hier die Möglichkeit das System zu upgraden, es überhaupt zu installieren. Wir kommen hier in den Home Ordner hier zum Filesystem. Außerdem finden wir einen Mülleimer. Das hier am Rand hat irgendwas mit der Skalierung zu tun. Da lasse ich jetzt auch mal die Finger weg. Für den Moment gucken wir uns vielleicht später noch mal an. Wir widmen uns jetzt dem Startmenü, wo wir uns alle installierten Programme in der Übersicht ansehen können. Ganz oben finden wir die Favoriten, dann die zuletzt benutzten Applikationen, dann finden wir alle Applikationen und dann finden wir kategorisch sortierte Software und damit wollen wir uns jetzt mal befassen. Das hier sind zunächst die Accessoires mit einem Appfinder, einem Archivmanager, das heißt mit einem Packprogramm. Ein Programm, mit dem wir Dinge umbenennen können, denke ich. Catfish File Search, Clipboard Manager, Disks, Übersicht, können wir ja mal draufklicken. Hier sind meine Festplatten angegeben. Dann gibt es einen File Manager, den Galculator, also einen Taschenrechner. Klicke ich alles mal an, damit wir das gleich mal kurz ausprobieren können. Light, DM, GTK Plus, Greeter Settings, Gnome, Charakter Map, Menüeditor, Mousepad, Notes, Passwort und Key Manager, sowie Terminal Emulator, Screenshot Tool und Sunar File Manager. Also Sunar kommt hier als File Manager zum Einsatz. Galculator kommt als Taschenrechner zum Einsatz. Ein GTK basierendes Programm, ein auf GTK basierendes Programm. Ihr seht, das hier alles ist sozusagen XFCE mäßig aufgebaut. Wenn ihr KDE verwendet oder wenn ihr Gnome als Desktop verwendet, dann sind hier natürlich auch andere Standardprogramme. Deswegen ist das immer wieder auch mal interessant, so eine Distribution auch mit einem anderen Desktop auszuprobieren, finde ich zumindest. Wobei wir uns sämtliche Programme bei einer installierten Version natürlich auch aus den jeweiligen Stores dann runterladen können. Wobei es halt nur bedingt Sinn macht, KDE zu verwenden beispielsweise und dann einen Großteil Gnome-Programme herunterzuladen. Dann kann man ja gleich Gnome benutzen. Ihr wisst, was ich meine. Grundsätzlich ist es aber gut, die Möglichkeit zu haben, sich aus allen Desktop-Universen bedienen zu können. Das geht nicht überall, aber in der Regel kann man das bei Debian machen und bei SUSE bestimmt auch. Wir sind jetzt im Bereich Graphics. Hier gibt es den Document Viewer für PDF-Dateien und einen Image Viewer namens Ristretto. Wir probieren jetzt nicht alles aus. Wie gesagt, alles überwiegend XFCE. Standardprogramme. Als Webbrowser kommt Firefox zum Einsatz. Es gibt einen Mail-Reader. Da müssen wir uns aber erst ein weiteres Programm für installieren. Also sowas wie CarMail oder was weiß ich, was es da gibt. Ich benutze generell gar keine E-Mail-Programme. Schon lang nicht mehr. Ich mache das alles sozusagen Internet-basiert. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Webbrowser. Weiß ich auch nicht genau, welcher das sein soll. Gucken wir, ob der sich hier öffnet, früher oder später. Das sieht gut aus. Ich vermute, dass das der Gnome-Browser ist, den man hier mit eingebaut hat. Das ist sogar ein Firefox, der quasi umbenannt wurde. Weiß ich auch nicht, was das soll. Das im Bereich Internet. LFTP ist vermutlich ein FTP-Programm. Dann haben wir Multimedia-Software. In dem Fall ist hier der Parole-Media-Player installiert. Ich weiß nicht, warum VLC nicht installiert ist. Meine erste Wahl, wenn es um Medien geht. Auch unter Windows unter Umständen. VLC ist wirklich gut. Funktioniert auch am Mac. Im Bereich Office haben wir Dictionary vorinstalliert. Also ein Übersetzungsprogramm sowie ein Dokument-Viewer. Ein PDF-Viewer. Vermutlich der gleiche, wie der, der oben verlinkt ist. Dann haben wir hier Einstellungen. Möglich, dass das auch wieder XFCE-basiert ist. Also wir können hier File-Manager einstellen, Desktop, Keyboard. Das Menü. Da können wir mit dem Menü-Editor dran rumbasteln. Notifications können wir einstellen. Das Panel können wir einstellen hier unten. Gibt einen Power-Manager und vieles, vieles mehr. Text-Editor-Settings, Window-Manager. Also das Ganze ist XFCE-basiert. Dann gibt es hier noch so was ähnliches. System. Da finden wir auch teilweise wieder Programme, die wir schon vorgestellt haben. Außerdem Programme, von denen ich nicht genau weiß, was sie machen. Gigolo. Keine Ahnung. Noch nie gehört. Aber es ist vermutlich ein kleines System-Programm. Sensor-Viewer. Task-Manager. X-Term. Ja und jetzt kommen wir zum eigentlichen Herzstück von OpenSUSE Linux. Und das ist JAST. Die Abkürzung für Yet Another Setup Tool. Das ist also sowas ähnliches wie Aptitude unter Debian. Funktioniert völlig anders. Ist im Prinzip sehr sehr umfangreich. Ihr könnt euer ganzes Linux-System mit JAST einstellen. Also ihr könnt Updates runterladen, die sozusagen euer System auf die nächste Stufe bringen. Ihr könnt Software runterladen. Ihr könnt neue Softwarequellen hinzufügen. Ihr könnt aus einem Online-Katalog, so wie man das von anderen Distributionen kennt, könnt ihr euch Software aussuchen und runterladen. Wie gesagt, bei mir funktioniert jetzt leider das Internet nicht. Und dafür haben die ein eigenes Programm. Das ist JAST. Beziehungsweise auch ein eigenes Dateiformat. Das ist RPM. Ihr könnt also auch Softwarepakete offline verfügbar machen. Also ihr ladet euch ein Softwarepaket drunter und könnt das dann sozusagen offline über JAST installieren. Also durchaus vergleichbar würde ich sagen mit Windows. Ich glaube der Vergleich ist nicht schlecht, weil dieses ganze Konstrukt hier rund um JAST, also Add-ons können hier installiert werden, System-Log, der Bootloader kann konfiguriert werden, JAST-Auto-Installation, Clone-System, Konfigurationsmanagement, Datum und Zeit. Wenn ihr euch ein eigenes Linux baut, ein eigenes SUSE, habe ich eingangs erwähnt, dann kommt da auch JAST zum Einsatz. Dann gibt es hier Firewall und so weiter. Das ganze erinnert mich irgendwie an die Systemsteuerung von Windows. Und manche hassen das eben auch. Manche wollen das nicht. Dieses clicky, bunty Software-Management-Gedöns. Bei APT funktioniert alles über die Konsole bei Debian. Das wisst ihr, habe ich euch auch schon gezeigt auf dem Kanal. Ja und das hier ist, würde ich vorsichtig sagen, ein bisschen vielleicht an Windows angelehnt. Vielleicht mehr wie andere Distributionen. Ich denke, dass Einsteiger mit dieser Distribution relativ gut zurechtkommen. Ja und damit sind wir eigentlich schon wieder durch. Ich habe kurz die gesamte verfügbare Software vorgestellt. Bin kurz auf die Unterschiede zu anderen Distributionen eingegangen. Habe euch im Wesentlichen die Funktionsweise erklärt. Ihr könnt gerne auch mal Fragen stellen. Was wollt ihr wissen zu einer bestimmten Distribution? Was soll ich mal ausprobieren? Gerne könnt ihr mir eure konstruktiven Kommentare hinterlassen und die beantworte ich dann auch, sofern sie konstruktiv sind. Ja ansonsten Abo oder und Like nicht vergessen. Glocke drücken, falls euch das Video gefallen hat. Ich mache in regelmäßigen Abständen immer wieder mal Videos zu Linux Distributionen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal.